dass man mal testen meine theoretisch meine ich das mit zwei stationen das ganze funktionieren wäre ja an sich logisch so ein schienenbahn mäßig das ganze zu machen dann wiederum wenn ich mir auch nicht sicher ja ja kommt ihr alles noch verkackt abrissmodus abrissmodus ist nicht so leicht mit den strecken hier ich möchte auch echt nicht weiß ob ich jetzt wirklich das mache ich ja schon was an den zweck müsste ich hier das ding hinbauen und gucken was funktioniert weil die ganze zeit aber zurück das schaue ich doch nicht okay sie mit verbinden wieder in das alte andocken es geht auch nicht würde sich auch überlappen dann prüfen wir es aber folgender weise wirklich weil ich jetzt noch mal hier ein bisschen sound weg nehme ich mag diesen auftrag das sollten sie auch habe ich noch gar nicht oder ich mache es ein bisschen leichter oder anders und ein tote dino nein shank punk wieso mein shank punk zum einsammeln des produkt nach schanky punk wo haben wir ihn schank punk ach weiter oben fällt mir aber auch ein verdammt wie ist der andere nein jetzt habe ich seinen namen vergessen zu lang gebraucht kommt er jetzt raus bei lassen auch ich habe einen bug glaube ich kommt nicht raus er kommt nicht raus das ist unschön ich mag keine bugs noch einer da kommt da war das rein hat nein verdammte echte namen vergessen das kommt davon wenn man wieder von dem thema abkommt letztendlich also für dich ein ganz neuer name nämlich einfach mal klar weiß auch nicht wieso so wo ist der tote im gleichen revier wie nema ja auch nee auch nee wie nema ja wir hatten so ein anstrengendes leben mit dir und dann so was na komm wie ne meintal zwei alles kein problem hier war ich trotzdem noch nicht fertig den weg baue ich ein bisschen mehr drum herum so damit die abgerissen werden kann keine angst ist alles nur für euch nicht gegen euch liebe leute zack das war die noch strom da ne abrissmodus aktivieren scheint sich damit nicht verbinden zu lassen das ist natürlich eklig das ist wirklich doof champagne ich muss jetzt im bliege echt aufpassen bei der planer mich das ding noch rum machen kann künftig das nervig dass ich immer weiß noch nicht erreicht übrigens der stand punk ist zurück tank der zweite und fossilien ja ja weg blablabla dies und jenes blablabla kommen noch wieder maria saurier holen hier dann kann ja sie komplett knicken ist ja schade das kannst du vergessen verbindet sich nicht das ist wirklich schade das ist wirklich echt wie zurückführen ich weiß auch nicht wie ich das mache ich will das auch gar nichts da haben diese kreisformen dabei immer und bescheuert finde das ginge wenn ich hier futterstationen raus mache ich muss eine futterstation für fleischfessel eine für pflanzen wieder hinbauen für das protokoll darf ich nicht vergessen nachher so fertig jetzt wollte es der rubel ja er rollt also eine fleischfresser station hier wäre gut wo sie vorher auch war ungefähr und eine pflanzenfresser station mann 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 das machen wir nicht leicht hier das kommt dann ja wo war die andere gewesen ich weiß es gar nicht einfach mal hier hinsetzen passt auch noch mit rein wieder ein toter natürlich nächster maria saurier nee edmund ducky junior ducky junior wieso edmund ist dann ducky junior junior nicht junior zweiter der nächste ne logischerweise aber erst mal wieder maria in zweiter nein krankheit auch noch man hat zu tun gerade man hat es zu tun kein problem bleibt er denn schon wieder und bin ich jetzt auch von dessen irgendwie eingeschränkt mit dem auf rauslassen und so weiter kann das sein ich weiß es nicht vor allem ist es auch meine parkwerte überhaupt nicht hochzutreiben dass ich diese dinge jetzt hier habe obwohl ich sie voll geil fände also ich müsste auch eigentlich mein mein zufriedenheitslevel um ehonen wenn das eine maße dafür wäre nach oben steigern was passiert einfach nicht ich brauche das füstengebiet hier ganz dringend leute ich hab ich den platz auf der insel nach mal ich will verkaufen drin hier war noch ein toter noch ein dies noch ein jenes da kommt er endlich aus elvis der zweite und jetzt erst raus was nein komisch wenn ich bin denn können das war ja nicht so wie eine maria die zweite ja da kenne ich hier nix die sterben alles ist so nervig okay lustige geschichte dieser maria saurus war der erste dino im all im space lab im jahr 1985 steht im reiseprospekt sie schlagen auch gern die köpfe aneinander das haben wir aber nicht reingeschrieben toll zack zack und der tote ist hier raffael oh nein mein künstler turtle warte was war das jetzt schanko wieder nein hüger saurus raffael der zwar noch ein toter mann fressack wieso fressack der ist ein das ist egal hier ich bin mir nichts eingeblendet bei dem scheißpark hier ist voll verpackt alles gefällt mir nicht kori noch ein kori wieder rausholen du bist kein kori mann das wird langsam unübersichtlich wie gesagt ich werde jetzt einfach mal neue namen geben denn sonst sehe ich hier nicht mehr durch das hier ist ducky junior junior das weiß ich noch alles andere das ist mir gerade zu viel sterben und zu viel neu machen das kann ich mir alles merken da bin ich raus dann einfach bin froh wenn ich herkomme die die tot sind nachzuzüchten das ist schon herausfordernd genug also ducky junior 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 immer noch schon wieder krank wurde abhaust hier genau macht euch so stressig für mich hier und wisst ihr was ganz ehrlich ich überlasse es mit dem namensgeber erstmal komplett ganz weil da muss ich mal dran gibt es gerne dann gefesselt so und zu warten bis der rauskommt das ist auch ein bisschen nervig ich könnte mich schon jetzt anderen sachen widmen auch nicht verkehrt eigentlich man es ist wirklich anstrengend gerade wirst du behandelt ich glaube ja so weit ich lange schon machen wollte jetzt komme ich dazu endlich mal fahr ich daran denke ein bisschen zeit habe wo ist er den hier einfach nur so oder aggressives verhalten natürlich wäre ja auch zu leicht ne ich hoffe der sieht einigermaßen klein aus dass auch klein ist aggressives verhalten aggressives verhalten da haben wir es soll ich machen ich will es eigentlich nicht ich soll komm mal zoll zack dann komm raus ist eine million teuer nicht ganz so wie ein t-rex aber ich glaube ich mache es auch nicht an die ganze große ist die hoffnung bleibt auf jeden fall wieder einer hier krank pappnase die zweite ist krank das gibt es doch nicht man viel sofort habe ich keine fünf sterne hier musst du langsam was werden nahrung und getränke muss noch verbessert werden wieder mal mann 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 mit alles voll wieder mal mehr geht aber nicht überleid das war also erprüft wie an diesen sachen welcher dringend die sterne kriegen möchte ist ja klar es ist alles leer einfach spielhalle souvenir einmal abreißen wenn er eh nicht benutzt wird das ist ja auch meine zufriedenheit bei den ganzen sachen weil dies auf das ist davor ist aber nicht nur zu trotzdem in die negativ wertung reingeht weiß es nicht könnt ihr theoretisch sagen ich auch überhaupt kein schwein mehr drin die ganze meile ist eigentlich umsonst inzwischen weil hier aber nichts mehr ist was die leute hinzieht ein bisschen doof eigentlich naja nicht verkaufen mann 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 ich bin echt das achse gerade ist schon richtig stressig und dabei fehlt noch einiges im park theoretisch um keine ahnung ich meine ich könnte aber macht dies und das machen super das sind übertrieben jetzt hier oder noch ein höher gleich aber er tut gerade nicht not nicht sowieso voll hier müsste mal achte ist ja schon ein restaurant das würde ich mal so genutzt unglaublich stets ein vergnügen mit ihnen zu arbeiten ich brauche ich ja nicht mehr so vergisst es bei der aufgabe sowieso nicht da muss aber teurer wert jetzt geht alles nix ne 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 auch voll souvenir laden natürlich ja klar von einem t-rex auch ein souvenir fast food souvenir da noch mal fast food ist aber nicht sehr voll also quasi leer man sieht die ganzen massen strömen Meine Einschienenbahn ist da. Könnt ihr nichts sagen, Leute. Will ich keine Meckere hören. Das wäre mich total dreist. Oh, Mann. Transportbewertung 63. Wieso so wenig? Du kommst doch überall hin. Mit der Einschienenbahn.